So, wir sitzen jetzt hier in dieser Biedenhütte drin und ich glaube, wir schlafen genau hier, weil hier ist trocken. Es regnet hier die ganze Zeit und das tropft hier und so. Das ist voll scheiße. Diese Tropfen müssen weg. Hier vorne auf meinem Knie sitzt so eine Motte und hier vorne auf meiner Kamera, das wird jetzt gerade von diesem Vollfettvieh hier belagert. Ja, diese ganzen Motten, die fliegen mir jedes Mal die ganzen gegen das Gesicht und so weiter, weil ich habe meine Kopflampe an. Ja genau, und darauf kochen wir weiterhin Essen. Wir schlafen in einem Bienenstock. Bienenhütte. Ich werde dich die ganze Nacht lang zuschnarchen. Dann muss ich als erstes ganz schnell einschlafen. Dann werde ich dich wachschnarchen. Na, hoffentlich kommen hier keine Wildschweine. Sei froh, wenn kein Wolf kommt, ne? Wölfe sind ja hier ganz doll vertreten. Ja.